hey ho minecraft freunde ja willkommen neue runde neues glück badwars auf dem server den ich euch gerade einblende weil ich den namen immer noch vergesst sorry ja ihr erkennt ihn diesmal nicht hier hat ein roten rotes t-shirt an kalte dynamite hd hallo das einzige mädchen ja ich habe was ich da finde ich mal gucken du hast naja okay die fresse ist auch nicht so ordentlich gut jetzt wollen wir sehen dass wir das spiel gewinnen und ich auf die skins achten was die blöcke die kommen schon wieder so langsam hier machen wir diesmal mache ich unser bett erst zu war wie baut er schon rüber ich hab das zehn blöcke sind ja mir die wieder weg man recht ich mache jetzt mal die blöcke 26 da kreischen oben das bett zu ich grüße mich mal aus aus dem schwert oder pickaxe oder eine brustpanzer eigentlich ja eigentlich hätte ich ja lieber hier kisten vorgemacht wäre besser gewesen aber egal so ich habe ja noch gar nichts hier ein halbes herz wenn ich da runter gesprungen bin auch nicht schlecht warte mal guck mal jetzt hat der sich das geholt ist ja das halt nicht machen wenn der daneben steht arschloch ja aber so ist das halt dann ziehe ich erstmal die anderen beiden sachen an hier ist ja nicht ganz so schlimm ich nehme jetzt erstmal hier eine holzspitzhacke mit ich habe das gefühl wir verlieren warum ich mache schon wieder die blöcke weg hier so nehmen wir noch einen stock mit was brauchen wir denn noch von der rüstung hatte ich schuhe und brustpanzer hatte ich ne fehlt mir noch der helm und die hose ich habe zwei stöcker wollte ich gar nicht haben und zwei hosen was ich habe zwei böxen hier ich habe nur eine angeklickt jetzt habe ich zwei hosen egal so dann gehe ich mal kurz hier hin und holen uns mal eisen also ich bin voll equip wir sind gelb ich wollte gerade sagen da kann ja entgegen ich gehe gerade mal hin zur mitte hier da hat sich schon eine rüber gebaut von uns aber dass einer in der mitte pass auf roter kommt grün hau bloß ab hier bei mir im blauen wie schießt noch eine ok knapp abzuschließen kommt ja nicht gar kein gold kommt oben 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 hoch ok immer gold ich will mir mal bogen sind wir alle gelb hier oben das ist ja cool der eine blaue kommt über die ja pass auf über mir hat sich hoch da hinten kommt blauer er hat sich hoch ja aber er passt auf dass er nicht sich nicht zu uns rüber baut du bist ja gestorben ne ne ich habe ihn da runter geschubst ich habe ihn runter geschubst ich war noch voller herzen hier kommt kein gold oder nimmst du die alle mit schon ich bin bei uns ok ein bisschen mit dem gold der ist ein roter blöb nicht hinter dir kommt ein blauer abholen ja der hat ein schwert da kann ich nichts machen ich hatte nur ein knüppel ich hatte nur ein knüppel aber besser wie gar nichts wenn ich mir vorstelle ich hätte nicht mal einen knüppel gehabt ich hole mir erstmal eisen hier jetzt habe ich die schnauze voll leute jetzt geht es rund hast du überhaupt gold bekommen in der mitte ja schon lange ja dann schießt man mit dem bogen ein bisschen dass ich mir auch mal gold holen kann hier da stehe ich erstmal wieder auf dem goldballen aber hier kommt wieder nix und wenn denn der andere sich das mit läuft hier rum die können auch gar nix hier ist gold genau ich habe ein ich sehe noch ein zwei drei war noch ein gold komm her ein habe ich noch danke da ist blauer pass auf erst mal gehe ich zu uns wieder zurück ich hoffe man hat kein bogen ne das eisen auch noch mit hier so jetzt mache ich mir schnell mal einen bogen ich habe nicht meine rüstung wechselt das geht doch gar nicht da war das gerade der denkt bestimmt ich hätte pass auf da kommt ich habe den übelst nass der steht hinter dem block und ich treffe ihn trotzdem ich muss jetzt kurz meine rüstung holen also müsst ihr mir schon mal ein bisschen zeit geben ich brauche zumindest einen helm oder irgendwas hier in der hose ich bin doch für eine schule aber die kriege ich ja nicht in gold ne eisenschuhe doch da sechs mal eisen was sind das für schule sag mal und einmal gold ne was ist das essen mitnehmen hier ist eine kiste die ist ja eh leer wozu stellen die eigentlich die kiste dahin ach so ich kann ja noch eine eisendings mitnehmen spitzhacke level zwei die ist auch gut so ich packe mal hier in der truhe ein bisschen eisen hin das brauche ich ja nicht da laufen zwei zu uns die liefen habe ich ja mit dem bogen kann ich gut umgehen der hat sich versteckt aber das brachte ihn auch nichts da kommen gleich noch zwei zu uns das war ja eine von uns stelle sich direkt vor mir da kommt ein blauer da hinten da ist er doch nein mit einschuss nicht schlecht unser bett ist noch da jetzt werde ich hier abgeschossen wird auch die ganze zeit wo kam der denn ähm du stehst da richtig doof ich weiß aber ich schieße ja dauernd runter das ist es das heißt ich muss hier erstmal weg so hier stehe ich nicht mehr ganz so doof schieße mal den blauen da hast du ein schwert äh den grünen scheiße beim ersten schluss bin ich tot der hat wahrscheinlich einen besseren bogen gehabt aber die runde die ist auch noch nicht vorbei hier liegt ein kuchen wer hat sich den denn dahin gebaut ich hätte ja auch gerne mal ein schwert gehabt ach bin tot wo ist er tot ja ich habe eisen reingepackt das haben sie da klar rausgenommen war klar muss ich mir selber eisen besorgen ich hole mir mal blöcke weißt du was die blauen sich gebaut haben weg zu uns echt habe ich doch keinen mitgekriegt die blauen ja sehe ich auch die müssen wir wegbauen da nein da gehe ich jetzt rüber und rotte die aus dann brauchst du noch ein paar blöcke holst du die blöcke ich komme mit rüber ich habe jetzt von oben ne ja ich komme mit ich verfolge dich ich sage auch stopp wenn du brauchst nicht mehr bauen brauchst pass auf hinter dir stopp was will er denn da oben was ach man das sind zwei pass auf ja ich sehe schon ich bleibe bei unserem bett hier vorne hätte er jetzt unseren weg abgebaut der will jetzt zu unserem bett hin so einen habe ich schon mal weg hier ist wer bei unserem bett oder ja ne ne der ist nach oben der ist über uns warum holen die da nicht weg so ein schlag und der ist weg mit rückstoß habe ich doch einen stark warum da kommt der nächste baut mal einer unseren weg hin Junge los hier bleiben nur weil ich habe die befürchtung die wollen weitermachen da kommt schon wieder der nächste hätte ich jetzt ein paar blöcke mit hier hoch genommen hätte ich mich hier rüber fahren können pass auf da kommt der soll mal runter kommen hier doch ja dann komm mal runter der will hier runter uns das bett abbauen der ist genau über mir hier über meine fahne ich bin runter oder baue dich hoch kann ich nicht ich habe keine blöcke wenn ich jetzt abhaue dann haut er das bett weg ich stehe direkt über dem bett so ich fall auch noch runter jetzt baut er sich da hinten runter okay ach der denn ich brauche blöcke mensch warum bringt er mir keine blöcke hast du keine blöcke der steht hier oben über mir er will hier runter siehst du du musst ihn abschießen ist das eine feige Sau so dann gehe ich mal hier weg dann bleibt ihr mal beim Bett ich hole mir den noch zwei sind das so zwei waren das hier geht es ja weiter da war ja ein Block hin ne ich will gerade mal zu dem blauen hier scheiße ich war schon fast drüben mensch die kiste ist leer war klar schnell was holen warte bist du auch schon wieder hinten geht schnell ne bin ich gestorben echt nicht so wir hatten jetzt die toll jetzt muss ich mal ein paar Blöcke besorgen wir hatten das da weggebaut da komme ich ja gar nicht mal hoch hier haben wir noch Eisen ne hat er nicht so erstmal hier einen Block hin die ganze Zeit auf unserem Segel scheiße pass auf auf unserem Segel was ist damit sind schon wieder welche oben oder was ja die ganze Zeit beim Segel die blauen die blauen so ich habe auch eine Axt lass es mal da rüber diesmal durch zumindest wenn du jetzt gegen ihn kämpfst und er verliert oder du verlierst dann ist noch einer hinten einer wird auf jeden Fall das Bett abbauen können lass mich denn vor ich habe die Burge hin macht doch nichts das ist doch eh hin so blöd bin ich auch nicht aber ich kann ja tauschen so Freunde jetzt muss ich erstmal ich schieße auf dir die Kwarf ich lenke die ab ich lenke die ab ich lenke die ab ich lenke die ab nein nein jetzt rutscht ich auch noch von der Maus weg hier Mann schaffst du das noch? ich bin auch da einer gelber ist bei dem beim Bett bau ab bau ab wie aber nicht bei unserem Bett nein bei deren Bett das Bett ist weg dann müssen wir jetzt umhauen können die Blauen wo sind sie denn? holen wir uns die mal manchmal denke ich echt wie spiele ich denn hier? wer baut das denn zu? das war ich das hier oder was? ja bei Blau hast du Blau schon gekillt? nee Blau hat noch einen Spieler ja den hole ich denn bin schon auf dem Weg ich bin auf dass du bei uns am Bett bleibst ja hä? bei unserem Bett? ja weil nicht dass er zu uns rüber rennt ach keine Ahnung okay Team Blau wurde für nicht dann brauche ich gar nicht da rüber gehen dann kann ich ja wieder zu uns gehen so jetzt haben wir erstmal guck mal ob das Team neben uns sich zu uns gebaut hat ja die Roten zu uns gebaut? ja nicht ganz fast die schießt noch mit Bogen hier oder wer schießt hier? bitte Michi Hunter schießt hier mit Bogen? weil die in der Mitte die stehen in der Mitte hier ja da sind die Grünen in der Mitte da kann ich ja dann einfach mal hindüsen wenn er mit dem Bogen auf dich schießt ach scheiße bei Blau so den Grünen habe ich erstmal runtergestoßen hier der hat hier nichts verloren erst mal mal gesehen die Grünen müssen wir auch mal irgendwie bekämpfen stimmt ich laufe einfach hin da ich habe keinen Schiss da selbst mit einem Gummiknubbel in der Hand hier kommt doch schon wieder Blau ich habe aber erst drei Gold Leute ich wollte vier haben jawohl ich habe vier Gold und komme wieder ich habe mir einfach mal vier Gold von der Mitte geholt ach ne jetzt nicht zubauen hier was soll denn die Scheiße also hier kann einige nicht bauen so Bogen zack den hätte ich nämlich auch gern Blauer Weg ist gut so habe ich auch eine Rüstung ne wollen wir aber noch mal besorgen schnell mal die Rüstung anziehen hier was übelst die Killer Aura hat der wo welcher der dammste Killer wo der dammste Killer hat Killer Aura in der Mitte sicher ich glaube schon trifft mich einfach mit 10 Blöcken Entfernung oder so der ist in der Mitte warum sagt ihr nicht dass unsere Blöcke hier weg sind da waren doch eben Blöcke noch ich hole mir einen Bogen weißt du wer hat das denn weggebaut da irgend so ein Typ baut das die ganzen ab hä ok das ist ja nur blöd mal ein schöner Bogen weg die Mann ist richtig nett ja die helfen dir nicht unbedingt Supporter sind richtig gut ich brauche jetzt erstmal noch ne doch ich habe mit dem schon gesprungen der hat mir gefordert geholfen ohne einen Muck zu sagen hat er mir gesagt was ich wollte was siehst du ach ne das wollte ich gar nicht och man wie schlecht nicht denn ich bin bei der im Bett und fall runter das habe ich aber auch schon so packe ich mal wieder was in die Kiste ich bin ja immer so lieb machen die anderen ja nicht ähm ja die roten da müssen wir uns jetzt mal hochbauen wa ich steht schon habe ich gerade gemacht so unauffällig gewesen aber ich muss ja runterfall irgendjemand hat mich jetzt verbaut hier ich wollte da nämlich gerade hoch so Wortfall plus Beleidigung jetzt ist Red dran zumindest habe ich ein Schwert Nase juckt und ich muss weg von der Maus mit der Hand im Laufen was Team Rot wurde von hä ich bin ja auch schon auf dem Weg sind da noch ein paar Typen über oder leben noch alle leben noch alle aber nicht mehr lange die sind bestimmt in der Mitte drin die haben Bogen sind die in der Mitte ähm nein der eine ist jetzt bei uns bei uns ich bin gerade bei denen nein nicht bei uns bei denen so rum wo ist er denn ach da unten wir sind das einzige Team mit dem Bogen und habe ich einen runter ne schade ich aber so den allroten habe ich schon mal kommt der nächste hier an da unser Bett ist super gut eingebaut so den habe ich auch erwischt werbt die ganze Zeit da ist kein Rot-Dämmer oder ähm doch Rot hat noch zwei Spieler zwei habe ich doch erledigt gerade ja Team hat vier Spieler haben die keine Kisten hier gefüllt denn da schade das ist schade weil wenn ich jetzt hier mehr was hole habe ich wahrscheinlich das Problem dass ich hier kriegst du ja die Dinger gar nicht wir sind ja nicht auf dem Gombiserber diese Kuh-Dinger da war glaube ich an dich gerichtet ja ja weil ich ihn mit drei vier Schlägen erledigt habe aber ich habe ihn auch von hinten erledigt das kriegt er ja gar nicht mit da ist er doch der nächste Rode den hole ich mir jetzt auch der haut schon ab weg ey das hat nichts mit dem Hacker zu tun einer lebt noch ne da fehlen ja echt viele Blöcke wo ist jetzt der ja wo ist jetzt der Rote der nächste wo hat er sich verpieselt hier macht der Michi-Hunter dann ja da ist ein grüner okay Junge was ist denn mit denen los nur weil die geschrottet sind Scheiße was hat denn der für einen Bogen ein Schuss war ich weg wie herz hattest du noch ach weg ist er ja Team Rot habe ich vernichtet da fehlt nur noch der eine jetzt ich weiß aber ich habe den nicht gefunden ich brauche wieder ein Schwert Mensch ich habe aber keinen wer hat denn hier Endstein wo kommt der denn her ja vom Bett vielleicht das ist aber eine schöne lange Runde ne ziemlich lang oh du Wichser er kann dich aber echt nicht leiden ja da scheiße ich drauf weißt du er lebt jetzt noch Rot schreibt er at all oder muss ich das nicht ähm er schreibt im Toten Chat noch einen der Grüne äh der Rote kann ich ja nichts für wenn der so schlecht ist ne ich kann überhaupt kein PvP spielen nochmal das Video ist ja dann blöd dafür was glauben die mir denn gar nicht mehr achso ne ich brauche noch ne weil lesen tust du das auch schon oder ja ich guck ja schon unten im Chat aber das interessiert mich manchmal überhaupt nicht was die schreiben weil mir das ist Kinderkacke sowas er wurde gebannt ja das ist ein anderer ja aber ich weiß auch warum muss man darauf achten was die so schreiben ja unser Bett lebt noch ne das hab ich ja gut eingebaut hier ja ja bloß wer war denn so schlau und baut das so ein dass ich da nicht mal hin kann ok jetzt komme ich da wieder hin wo könnte er denn sein warte mal ich hab ja Zoom ähm einen roten ne so stimmt bei unserem Bett und hat keine Blöcke mehr ne das kann doch sein dass er sich bei sich drüben bei der eigene Dings hingestellt hat ne da war ich gerade ja aber wenn er sich einmauert was dann den Micha hat der sehe ich hier bei uns der ist aus unserem Team ach man ja ich bin ich runtergefallen Scheiße ich bin ich runtergefallen Scheiße ich bin ich alles wieder neu holen ich hab da ein mal ich hab da ein mal Mann oh Baum Chris aufm Baum aufm Baum aufm Baum aufm Baum was ist aufm Baum da ist wer wie kommt der denn da hin der Gelbe hört kurz an uns das bin ich ich wollte gerade sagen wo ist der rote ich finde ihn nicht ich kann ich gehe mal in die mitte da muss da irgendwo sein außerdem ich und hacker ich kann gar kein pvp ja eben das blöde ist das sehen die ja dann wie blöd ich bin und ich spielen kann aber ich habe doch nicht die sehen doch was ich mir hier bastel das war ein ganz normales goldschwert ich hole mir jetzt erst mal hier ein bisschen gold wenn ich mir auch einen bogen holen kann hier weil in der mitte ist ja keiner mehr da ist keine da ist keine den konnte ich die alle nehmen jetzt jetzt habe ich hier acht stück acht mal gold hier schon wieder neues gold 9 das baut hier ein bisschen mehr gold als sonst ich sterbe die ganze zeit gegen dieses segelspränger 12 jetzt mal zu rot und guck blau und grün ist ja schon hin das heißt ich könnte da ja auch hin und meine meine rüstung machen ein monster nicht bei uns gewesen ich weiß es nicht aber ich muss noch mal zu uns hin weil ich habe so viel gold gold hast du zwölf geht ja hier wo der ist könnten wir zur ender perle machen was wer hat denn jetzt hier wer war das warst du das spinnensetze dass man sich nicht rein kann nein das war ich nicht ich krieg das hier nicht weg hoffentlich macht er die mal weg da dieser milch hunter da jetzt haut er wieder ab er sieht ich stehe hier vor ne alter ich habe eine goldspur gefunden was ein idiot das gehe ich hier rüber so das ist mir echt zu blöd das wollte ich mir selber eine axt der baut da alles zu dass du da gar nicht mehr hinkannst was den scheiß ein paar blöcke brauche ich noch am besten hier ja waffen bogen mit zwölften fehlt mir aber einmal gold das ist blöd hast du noch ein pfeil ein pfeil ich brauche ein pfeil ich habe den höchsten bogen jetzt genommen vertreib einfach ich habe mir noch eine pkx ja ich hole mir jetzt erstmal ein paar waffen hier weil ich habe ja gar nicht weil den bogen den zweiter bogen habe ich schon ein bisschen essen kaufen ja kann ich habe ich schon jetzt nämlich noch ein goldschwert mit drei reicht auch dann packe ich noch ein bisschen eisen in die trug das grüne team ich bin in der mitte wo bist du in der mitte dann muss ich hinkommen wegen dem pfeil auch mensch der baut hier überall seine scheiß spinnennetze hin die christ ist so schwer weg ich weiß nicht warum der das macht was soll denn der miss hier das finde ich mir echt kacke ich kann erstmal die ganzen spinnennetze hier weg machen das dauert ja irrsinnig lange die christian gar nicht weg also diesen spaß den hätte ich gerne machen jetzt gib mir noch mal ein bisschen essen ja lass mich da erstmal hier durchkommen so reicht's ich esse dann erst mal schnell was weil ein pfeil habe ich jo danke so dann kann es ja losgehen erst bei grün bei grün lange rein man es da aufzustellen so jetzt werden wir erstmal da oben rein springen boah ist hier viel gold ich weiß oh brauchen wir aber das gar nicht du sagst der ist bei grün also das schreibt die doch dieser rheinmonster ok unten an der base was das denn ah wie kommt der da hin unten an der base ich habe einen 12er bogen da brauche ich nur noch einmal abschießen ne ja wenn wir ankommen was da unten ist oder was hätte man doch eine ender perle genommen bei mich hier hunter wie kommen wir denn jetzt so runter hey hör auf was machst du denn hör doch auf ich mach gar nichts was macht er denn ich mach nix er baut die blöcke unter mir ab so dass ich runter fall wo ist denn der bei grün ach ist das ne ja ich stehe hier in der mitte das heißt in der mitte nicht da wo sein eisen ist wo denn war grün ja unten an der base ganz unten das heißt ich kann nämlich ja vorsichtig da lang schleichen da komme ich ja gar nicht hin irgendeine baucht sich hier hoch das höre ich doch sein bett war ja schon hin ne endlich jawoll haben wir gewonnen cool das war doch eine ziemlich lange runde ja ich und kalle dahlmalt sagen bis zum nächsten let's play ciao ja